Er hat mir damals eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Er hat mir einen NFC-Chip in die Hand gedrückt, an einem Teil, den er hergestellt hat und auch Oberflächen behandelt hat. Das hat er an die Messe mitgenommen. Er sollte eine digitale Visitenkarte ersetzen. Aber bei meinem James Bond-Nokia-Handy hat es nicht funktioniert. Das war ein gutes Learning für beide Seiten. Irgendwann ein Block auf meinem Google-Handy. Ich hatte alles eingeschaltet, aber es hat nicht funktioniert. Das war interessant.